Musik Ehepaar erschossen, erste Details zum Todesdrama. Die Wiener Polizei setzt Kopfgeld auf diesen Mann aus. Wien trauert um Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Umfrage nach Messerattentat in Mannheim, die AfD, die stürzt weiter ab. Außerdem in Linz, Donaupegel fast bei sieben Metern. Hallo und schönen guten Abend bei den Kronen News am heutigen Dienstag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In St. Stephan-Obleoben sind am Montag zwei Tote aufgefunden worden. Laut Polizei handelt es sich um ein Ehepaar aus dem Bezirk Graz Umgebung. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittlungen, die gehen in Richtung Mord und Suizid. Todesschüsse halten, wie berichtet, Montagnachmittag durch den steirischen 1900-Seelenort St. Stephan-Obleoben. Der 52-Jährige steht im Verdacht, seine vor ihm flüchtende jüngere Ehefrau mit Schüssen im Garten regelrecht hingerichtet zu haben. Dann tötete sich der Mordverdächtigte selbst. Bei den Ermittlungen im ehemaligen Elternhaus des Todesschützen kamen pikante Details ans Licht. Ähnlich wie bei Fifty Shades of Grey hatte sich das Ehepaar offenbar mehrere Sadomaso-Räume eingerichtet. Dafür spricht auch, dass Nachbarn das Ehepaar de facto nicht gekannt haben. Das Haus war augenscheinlich nur ein geheimer Rückzugsort für spezielle Wünsche. Dass die 45-Jährige in dem Sexversteck offenbar auch einen anderen Liebhaber mitgenommen hatte, soll nun ihr Todesurteil gewesen sein. Denn das bekannte Detail dürfte sie ihrem Ehemann kurz vor der Bluttat gestanden haben. Die letzten düsteren Geheimnisse nimmt der 52-Jährige aber mit ins Grab. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelensorge unter der Telefonnummer 142. Die Republik trauert um eine herausragende Persönlichkeit. Österreichs erste und bislang einzige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Wie der Verfassungsgerichtshof offiziell mitgeteilt hat. Die Spitzenjuristin und ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes wurde 74 Jahre alt. Die Anteilnahme an dem Tod der ersten österreichischen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist gewaltig. Auch der jetzige Kanzler Karl Nehammer gab seiner Erschütterung Ausdruck. In Gedanken an die 74-Jährige ließ er auf seine Initiative hin in der Kapelle im Bundeskanzleramt einen Gedenktisch einrichten. Auf dem Altar in der Kapelle erinnert ein Schwarz-Weiß-Bild mit schwarzer Schleife an die oberste österreichische Bundeskanzlerin. Daneben brennt eine weiße Kerze, geschmückt mit weißen Rosen. Es war dem Kanzler ein persönliches Anliegen, dass Brigitte Bierlein einen würdigen Platz im BKA bekommt, wo jeder Mitarbeiter kurz innehalten und in Erinnerung an diese herausragende Persönlichkeit schweigen kann, heißt es aus dem Kanzleramt. Für Nehammer sei Bierlein ein großes Vorbild gewesen. Die österreichische Flagge auf dem Dach des Bundeskanzleramtes wurde mittlerweile auf Halbmast gesetzt. Auch Kanzleramtsministerin Susanne Raab stattete der Kapelle bereits einen Besuch ab. Mit Bierlein verliere Österreich eine Vorreiterin, die die Republik für Generationen entscheidend geprägt habe, betonte Nehammer auf X und fügte hinzu, sie hat in einer schwierigen Zeit nicht gezögert, Verantwortung zu übernehmen, um der Republik und den Menschen in unserem Land zu dienen. Bereits zuvor zeigten sich Spitzenpolitiker quer durch alle Parteien erschüttert über das Ableben der ersten Bundeskanzlerin Österreichs. Auch Bierleins Kanzlervorgänger und Nachfolger Sebastian Kurz meldete sich zu Wort. Kardinal Christoph Schönborn und Erzbischof Franz Lackner als Vorsitzender der Bischofskonferenz bekundeten ebenfalls ihre große Anteilnahme. Ein besonderer Dankgebühre Bierlein für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die unabhängige Opferschutzkommission, betonte der Kardinal. Die rechte AfD verliert laut einer Umfrage erneut an Wählergunst bei den Deutschen. Damit fällt die Partei hinter die SPD auf Platz 3 zurück, die wie in der vorherigen Umfrage bei 16 Prozent liegt. Für die AfD ist der aktuelle Wert der schlechteste Wert seit März 2023. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts INSA für die Zeitung BILD gaben 15,5 Prozent der Befragten an, sie würden die AfD wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Damit fällt die Partei hinter die SPD auf Platz 3 zurück, die wie in der vorherigen Umfrage bei 16 Prozent liegt. Für die AfD ist der aktuelle Wert der schlechteste Wert seit März 2023. Stärkste Kraft bleibt die Union CDU und CSU mit 30,5 Prozent. Die derzeit mit der SPD regierenden Parteien Grüne und FDP liegen bei 12 beziehungsweise 5 Prozent. Die Linke kommt auf 3,5 Prozent, das Bündnis Sarah Wagenknecht würden 7,5 Prozent der Befragten wählen. Das Institut hat zwischen dem 31. Mai und 3. Juni 2002 Bürgerinnen und Bürger befragt. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschwer nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichter der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Die AfD-Spitze machte sofort nach dem Mannheim-Anschlag wieder Wahlkampf. Parteichefin Alice Weidel teilte ein gefälschtes Zitat von Innenministerin Nancy Faeser, in dem diese den Rechtsextremismus verantwortlich machte. Ein Fake. Als Weidel erwischt wurde, gab sie den Fehler zu, erklärte aber, der Tenor bleibt dennoch richtig. Die Wiener Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der Ende Dezember einen Supermarkt im Wien-Donau-Stadt ausgeraubt haben soll. Ja, der Mann soll nach Geschäftsschluss zwei Mitarbeiterinnen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Die Wiener Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der Ende Dezember einen Supermarkt im Wien-Donau-Stadt ausgeraubt haben soll. Zu dem Vorfall war es am 21. Dezember vergangenen Jahres in der Süßenbrunner Straße gekommen. Der Verdächtige, er wird auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt, soll zwei Angestellte mit einer Waffe bedroht und anschließend Geld aus dem Büro der Filiale geraubt haben. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Tatverdächtige entkommen. Das Landeskriminalamt Wien leitete unverzüglich die weiteren Ermittlungen ein, berichtet Polizeisprecher Philipp Haslinger am Dienstag. Der Verein der Freunde der Wiener Polizei lobte daraufhin einen Betrag von 5000 Euro aus, die zur Ausforschung und Verurteilung des Tatverdächtigen führen. Nun wurden Bilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. So Haslinger. Hinweise auch anonym werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31 31 03 38 00 erbeten. Die Hochwasserlage ist in Teilen Bayerns weiterhin kritisch. Auch in Österreich steigen die Pegelstände. Im Landkreis Bayerischen Rosenheim war der Katastrophenfall ausgerufen worden. In einigen Orten kam es zu Evakuierungen. Nach erneut starken Regenfällen in der Nacht sollen die Niederschläge am Dienstag laut deutschem Wetterdienst nachlassen. In Regensburg mussten am späten Abend rund 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Die betroffene Straße liegt in der Innenstadt, direkt an der Donau. Dort war der Untergrund durch den hohen Grundwasserspiegel stark aufgeweicht. Es bestand die Gefahr, dass die Hochwasserschutzelemente versagen und die Straße geflutet wird. Am Montagabend hatte der Landkreis Rosenheim Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Es besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. In der Nacht zum Dienstag hatte sich die Lage dann leicht entspannt. Schulen und Kindergärten in den betroffenen Gemeinden sollen am Dienstag geschlossen bleiben. In sieben bayerischen Landkreisen fällt am Dienstag wegen der Hochwasserlage der Präsenzunterricht an zahlreichen Schulen aus. In Passau hat der Wasserstand der Donau in der Nacht zum Dienstag die 9-Meter-Marke überschritten. Um drei Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst einen Wasserstand von 9,27 Metern und prognostizierte den Scheitel für Dienstagnachmittag mit 9,50 Metern. Die Passauer Altstadt war bereits am Montag für den Autoverkehr weitgehend gesperrt worden. Ab einem Pegelstand von 8,50 Metern, der Montagnachmittag gemessen wurde, werden bebaute Gebiete über größeren Umfang überflutet. Auch in Österreich waren hohe Wasserstände zu beobachten. An mehreren Pegeln entlang der Donau wurden die Scheitel in der Nacht bzw. im Laufe des Dienstags erwartet. Darunter auch Regensburg, Straubing und Deggendorf. Insbesondere an den südlichen Zuflüssen der Donau ging das Hochwasser demnach zurück. In Baden-Württemberg entspannte sich die Wetterlage langsam und die Folgen des verheerenden Hochwassers werden immer stärker sichtbar. Tausende Helfer sind weiter im Einsatz. Vier Todesopfer wurden bisher in Süddeutschland geborgen. Der Zugverkehr der Deutschen Bahn ist aufgrund von Unwetterschäden stark beeinträchtigt. Wegen Überflutungen sind einige Strecken komplett gesperrt. Der Zugverkehr zwischen München und Ingolstadt jedoch wird nach aktuellen Informationen der Bahn am Dienstag wieder aufgenommen. Die israelische Regierung geht davon aus, dass mehr als ein Drittel der noch im Gazastreifen verbliebenden Geiseln in der Gewalt der militanten Palästinenser-Organisation tot sind. Die Hamas hatte Anfang Oktober etwa 250 Geiseln genommen. Zahlreiche kamen bei einer einwöchigen Feuerpause Ende November im Austausch für palästinensische Häftlinge frei. 120 verblieben, den Regierungsangaben zufolge noch in Gefangenschaft. 43 davon seien für tot erklärt worden, hieß es am Dienstag. Die Daten stützen sich auf diverse Quellen, darunter Informationen des Geheimdienstes, Bildmaterial von Fernsehsendern und Videos von Augenzeugen sowie forensische Analysen. Die internationale Gemeinschaft möchte beim Blutvergießen nicht weiter zusehen. Die USA wollen sich die Rückendeckung des UN-Sicherheitsrates für den von Präsident Joe Biden präsentierten Plan für ein Abkommen zur Beendigung des Gaza-Kriegs sichern. Am Montag hat Israels wichtigster Verbündeter eine entsprechende Resolution eingebracht. Die G7-Gruppe stellte sich demonstrativ hinter den Friedensplan, dem Israel zugestimmt haben soll. Die Reaktion von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu weckte jedoch Zweifel, ob es zu einer Einigung kommen wird. Die Behauptung, dass wir einer Waffenruhe zugestimmt haben, ohne dass unsere Bedingungen erfüllt werden, ist nicht richtig, sagte Netanyahu am Montag nach Angaben seines Büros zu Bidens Vorstoß. Ein ranghoher israelischer Beamter sagte dem Sender NBC News, Biden habe Israels Vorschlag nicht akkurat weitergegeben. Netanyahu hatte am Samstag deutlich gemacht, dass sich Israels Bedingungen für ein Ende des Kriegs nicht geändert hätten. Die Zerstörung der Hamas und die Freilassung aller Geiseln. Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der Hamas, um eine Feuerpause und einen Austausch der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu erreichen. Am Freitag hatte Biden dann überraschend Details eines Entwurfs für einen Deal in drei Phasen präsentiert. Netanyahus rechtsreligiöse Koalitionspartner drohen seither mit dem Platzen der Koalition, sollte sich Israel auf den Deal einlassen. Netanyahu habe am Montag im Parlament hinter verschlossenen Türen gesagt, der Wortlaut des Vorschlags ermöglicht es Israel, die Kämpfe wieder aufzunehmen, falls Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe in einer späteren Phase nicht vorankommen. Zitiert das Wall Street Journal einen Beamten. Der Europäischen Union droht in den kommenden Jahrzehnten ein deutlicher Bevölkerungsschwund. Bis 2070 könnte die Einwohnerzahl in den aktuellen Grenzen selbst bei einer Nettozuwanderung von jährlich 1,2 Millionen Personen um 4,2 Prozent, also auf 432.002 Millionen sinken. Die Europäische Union schrumpft, und das trotz Zuwanderung. Das ergeben am Montag veröffentlichte Zahlen des Deutschen Statistischen Bundesamts in Berlin. Grundlage sind Berechnungen des EU-Statistikamts Eurostat. Am 1. Jänner 2023 lebten 451,4 Millionen Menschen in der EU. Bleibt die Nettozuwanderung, also Zuzüge minus Wegzüge, die nächsten Jahrzehnte auf dem derzeitigen Niveau von jährlich 1,2 Millionen Personen, wäre bis zum Jahr 2070 trotzdem ein Bevölkerungsschwund um 4,2 Prozent auf 432,2 Millionen Einwohner zu verzeichnen. Ohne Nettozuwanderung würde die EU-Bevölkerung sogar noch deutlicher zurückgehen, nämlich um gut 20 Prozent auf 358,4 Millionen im Jahr 2070. Bei einer höheren jährlichen Zuwanderung unterstellt wird hier ein Plus von 33 Prozent verglichen mit jetzigem Niveau von 1,2 Millionen Personen, wäre ein Wachstum zu erwarten. Die Bevölkerungszahl lege dann 2070 mit 465,5 Millionen um 3,1 Prozent höher als zuletzt. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Staaten, betonen die Statistiker. Während Island, Malta, Luxemburg, Schweden und Irland mit deutlichen Bevölkerungsgewinnen zu rechnen haben, würde die Einwohnerzahl insbesondere in den ost- und südeuropäischen Mitgliedstaaten abnehmen. Der demografische Wandel sorgt auch dafür, dass in den EU-Staaten in Zukunft immer weniger Menschen im Erwerbsalter einer immer größeren Zahl an Menschen im Pensionsalter gegenüberstehen. Der Altenquotient bildet das Verhältnis der Personen im Pensionsalter ab 65 Jahren zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jahren ab. Der Basisvariante zufolge wird sich dieser Altenquotient von aktuell 36 auf 59 im Jahr 2070 erhöhen. Unter den EU-Staaten dürfte dann der in Litauen mit 73 am höchsten liegen, am niedrigsten mit 50 in Schweden, wo noch zwei erwerbsfähige Personen auf eine Person im Rentenalter kommen. Ein überfüllter ÖBB-Zug ist am Bahnhof Wien-Meidling geräumt worden. Und das mit Hilfe der Polizei. Ja, einige Passagiere strandeten. Eine abenteuerliche und lange Heimreise erlebte Ende Mai EVM. Zuerst hatte ihr Flug nach Wien mehrere Stunden Verspätung. Zum Glück in diesem Fall war auch ein Railjet vom Flughafen zum Hauptbahnhof einige Minuten zu spät dran. Den Zug habe ich in letzter Minute erwischt. Am Hauptbahnhof stieg ich in den Nightjet 446 nach Bregenz, um nach St. Valentin zu gelangen, schildert M. Eine Sitzplatzreservierung hatte sie nicht, jedoch eine gültige Fahrkarte in Form ihres Klimatickets. Der Zug fuhr los, nächster Halt Wien-Meidling. Ohne vorherige Durchsage stürmte der Schaffner in Begleitung mehrerer Polizisten die Waggons und forderte alle Fahrgäste ohne Reservierung auf, den Zug zu verlassen, erzählt M. Ich versuchte dem Schaffner klarzumachen, dass ich zwar keine Reservierung habe, aber auf einem freien Platz sitze. Er meinte dennoch, ich müsse sofort aussteigen, sonst würde man mich mit Polizeigewalt entfernen. Gemeinsam mit von ihr geschätzten etwa 25 weiteren Fahrgästen stand sie plötzlich kurz vor Mitternacht am Bahnsteig. Mir blieb nur ein Uber zu rufen, das mich nach St. Pölten brachte. Dort holte mich schließlich mein Mann ab. Dennoch ist sie ob des Vorfalls schockiert. Was war also passiert? Laut ÖBB war der Zug deutlich überfüllt, die Fluchtwege blockiert. Daher forderte man am Hauptbahnhof sowie in Meidling die Fahrgäste ohne Reservierung mehrfach via Durchsage auf, auszusteigen und in bereitgestellte Busse umzusteigen. Als sich diese jedoch weigerten, rief man die Polizei hinzu. So konnten schließlich einige Fahrgäste dazu bewegt werden, den Zug zu verlassen. Zugräumungen durch die Polizei kommen selten vor, so der Sprecher weiter. Für Fernreisen rät er, immer einen Sitzplatz zu reservieren. Und Fahrgäste, die den Zug verlassen müssen, können die nächste Verbindung nutzen. Oder eben Ersatzbusse. Auch in Österreich sind von der Insolvenz von Europas drittgrößtem Reisekonzern mehr als 10.000 Kundinnen und Kunden betroffen. Und das kurz vor der Sommerreisezeit. Ja, was nun rechtlich gilt, was bei Rückerstattungen zu beachten ist und wo der Insolvenzschutz für Pauschalreisen gilt, sehen Sie im kommenden Beitrag. Die Pleite des riesigen deutschen Reiseveranstalters FTI Touristik wird auch für viele Urlauber aus Österreich zum Albtraum. Seit Montag gab es bereits knapp 30 Anfragen per Telefon und Mail bei der Steirischen Arbeiterkammer. Und es werden immer mehr, heißt es auf KRONE Anfrage. Konsumentenschützerin Birgit Auner. Die Anfragen betreffen Einzelbuchungen von Flügen und Mietautos, genauso wie Pauschalreisen. Die Pauschalreisen sind abgesichert. Auna rät den Kunden, in den Reiseunterlagen nach den sogenannten Sicherungsdaten zu suchen. Bei Einzelbuchungen stehen die Chancen, das Geld jemals zurückzubekommen, schlecht. Diese Kunden werden auf das Insolvenzverfahren warten müssen. Aktuell sitzt niemand irgendwo fest. Eine Familie ist allerdings am Montag in die Dominikanische Republik geflogen. Als sie im Hotel ankamen, war die Rechnung nicht bezahlt. Und das, obwohl die Familie die Reise voll bezahlt hatte. Sie wurde erneut zur Kassa gebeten. Auner, da raten wir, unbedingt eine Bezahlbestätigung geben lassen. Eine solche Situation sei extrem belastend. Wichtig sei laut Auner außerdem, wer jetzt eine Zahlungsaufforderung bekommt, dem raten wir ab zu bezahlen. Man sollte aber eine Mail schicken und begründen, wieso. Das waren sie, die Kronen News am heutigen Dienstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.